Willkommen in der Zukunft. Die neue Sky Air A Baureihe von Daikin. Diese Sky Air Geräte mit erweitertem Betriebsbereich sind kompakt und leiser und gestatten längere Rohrleitungen. Durch die höhere Flexibilität bei der Auslegung können Systeme für alle Arten von kleineren gewerblichen Anwendungen wie Ladengeschäfte, Büros und Serverräume deutlich schneller und einfacher geplant werden. Die kompakten Gehäuse der Baureihe Advance sind für 7 bis 14 Kilowatt nicht mal ein Meter hoch. Die Baureihe Alpha bietet ab einer Leistung von 10 Kilowatt alternativ auch Außengeräte mit zwei Ventilatoren. Die Geräte der Sky Air A Baureihe sind um bis zu 20 Prozent leichter und daher einfacher in der Handhabung und auch kaum sichtbar. Der dreireihige Wärmetauscher weist trotz seiner Kompaktheit einen hohen Wirkungsgrad auf. Die neue A Serie ist für längere Leitungen vorgefüllt und macht damit die Installation schneller und einfacher. Und durch ihr geringeres Gewicht können die Geräte problemlos an ihren Ort platziert werden. Die in das Außengerät integrierte Technologie sorgt für einen leisen Betrieb. Aufgrund der neuen Austauschtechnologie der neuen Baureihe Sky Air A mit HEPTA-Filterung kann die Reinigung der Rohrleitungen entfallen, wodurch Altsysteme schnell und einfach ausgetauscht werden können. Die Baureihe Sky Air A zeichnet sich durch einen besonders breiten Betriebsbereich bis minus 20 Grad Celsius in Kühlen und Heizen und höhere Leistungslängen von bis zu 85 Meter aus. Die neue aufklappbare Vorderblende ermöglicht problemlosen Zugang zu den Komponenten. An der neuen 7-Segmentanzeige können Störungscodes problemlos abgelesen werden. Und die in die Baureihe Alpha integrierte Dichtheitsprüfung sorgt auch bei den anspruchsvollsten Installationen für optimale Zustände. Fazit, die Baureihe Sky Air A erweist sich als großer Zeitsparer bei Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung. Mit dem energieeffizienten und umweltfreundlichen Kältemittel R32 stellt die neue Baureihe Sky Air A eine zukunftssichere Lösung mit hervorragender Energieeffizienz bis zu A++ und niedrigeren Betriebskosten dar. Das auf Daikin Innovationen basierende Herzstück der neuen Baureihe A ist der hocheffiziente Swing-Verdichter, in dem alle sich bewegenden Bauteile zu einer einzigen Baugruppe integriert sind. Durch diese hervorragende und patentierte, speziell auf das Kältemittel R32 ausgelegte Technologie erhöhen sich die Effizienz des Verdichters und die Lebenszeit des Systems insgesamt. Die Baureihe A weist eine enorm gesteigerte Zuverlässigkeit unter allen Wetterbedingungen auf, wodurch Notreparaturen vor Ort die Ausnahme sind. Dafür sorgen diese drei wichtigen Merkmale. Die ausgeklügelte Führung des Kältemittelflusses sorgt für stabiles und durchgehendes Heizen, auch bei extremen Winterbedingungen. Der Kältemittelfluss durch die Bodenplatte hält die Kondensatabläufe eisfrei, Wasser läuft problemlos ab. Der zweite Durchfluss im unteren Bereich des Wärmetauschers des Außengeräts verhindert eine Vereisung, wodurch auch bei Außentemperaturen von minus 20 Grad Celsius eine stabile Leistung gegeben ist. Und zum dritten werden Elektronikbauteile durch das Kältemittel gekühlt. Das ist viel temperaturstabiler und wirkungsvoller als bei einer herkömmlichen Kühlung durch Luft. Mit den erwiesenen Vorteilen der variablen Kältemitteltemperatur in Bezug auf höchste Effizienz kann die Baureihe Sky Air Alpha optimalen Komfort und höchste Flexibilität versprechen und damit auch eine optimale Auslegung auf die individuellen Wünsche eines jeden Kunden. Unsere variable Kältemitteltemperatur erhöht die Verdampfungstemperatur und erzielt so Effizienzsteigerungen um nachweislich bis zu 22 Prozent. Durch eine um 3 bis 4 Grad Celsius höhere Austrittstemperatur wird zudem kalte Zugluft vermieden und der Komfort wird weiter optimiert. Anwender können ihre Systeme anhand ihres Mobiltelefons oder Tablets über den Daikin Cloud Service regeln. Damit weist die Baureihe Sky Air A eine Reihe von Merkmalen auf, die selbst den anspruchsvollsten Endnutzer überzeugen sollten. In zwei Modellreihen verfügbar. Alpha als die Spitzenklasse und Advance. Die neue Baureihe Sky Air A überzeugt durch Zukunftssicherheit und erstklassige Vorteile für Ihr Geschäft und für Ihre Kunden. Die Zukunft liegt in Ihren Händen. aufgrund der